Ich mag mein Leben, so wie es ist. Ohne feste Beziehung. Kann ich Sie mitnehmen? Ich parke gerade hier. Charlotte. Sascha. Nimm mich mit. Ich komme ja viel zu spät. Wir telefonieren. Vorsicht! Ist das ein Typ in deinem Alter? Ja. Also nein. Nein, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Keine Kohle. Und er will die Linken. Ich möchte zu Ende bringen, was wir letzte Nacht angefangen haben. Danke, Alain. Endlich wieder Kunst. Sagt mir der Kerl, der solchen Horror aus Kotz braucht eine Therapie, nicht? Weil wir mich wiedersehen. Oh, Verzeihung. Guten Abend, Monsieur. Für jemanden, der seit zwei Jahren getrennt ist, erwächst du noch verdammt stark den Eindruck, seine Frau zu sein. Es wird Zeit für die Scheidung. Deine Mutter macht dir die Einkäufe und deine Wäsche. Äh, ja? In deinem Alter. Genau. Sie ist meine Mutter. Sie liebt mich. Es macht ihr Spaß. Das ist, äh, was? Das ist ein Schlitz mit Knöpfen, hä? Charlotte, bist du verheiratet oder getrennt? Ja, nein. Mama. Ich mag dich nicht. Da geht's mir wie dir. Der ist ja witzig. Du hältst dich von meiner Familie fern. Gibt es noch mehr? Väter.